Gut das haben wir jetzt abgebaut. Dann werden wir das Zeug jetzt gleich dazu nutzen um uns einen neuen Starterblock zu bauen. Dann machen wir wieder den Kern. Der Kern war hier. So eine kleine Solarzelle. Ein Kern. Maximale Anzahl 15. Okay. Gut haben wir das auch alles jetzt zusammen. Ich weiß gar nicht die brauchen wir um T2-Bohren herzubauen. So und jetzt ist die Frage jetzt bin ich mir nicht sicher gibt es für den Bohrer für den Bodengleiter gibt es da einen Bohrer für. Ja ab Level 10 wir sind Level 6. Ja. Okay. Nicht so wild. Okay. Diverses. Waffen. Okay wir investieren alles in Waffen. Scheiß drauf. Guck mal hier erstmal alles rein nochmal. So erstmal eine kleine Rüstung. Ach wie lange haben wir darauf gewartet. So dann ein Sturmgewehr. Sturmgewehr T2 können wir noch nicht bauen. Aufsammeln, reparieren, umwandeln, routieren und aufwerten. Okay. Munition unbegrenzt. So wir haben eine leichte Rüstung. Das hätten wir auch schon vorher haben können Olli. Das hätten wir auch schon vorher haben können. So. Sturmgewehr. Dann wollen wir mal gucken. So. Das kann daher raus. Das kann daher raus. So. Sturmgewehr. So. 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 So was alle unsere Ressourcen verbraucht. Das ist ja nicht so schlimm. Wenn uns als nächstes bald unsere eigene kleine erste kleine Basis bauen. Können wir die zwei eigentlich auch noch verballern, oder? Wo haben wir noch 10? Was braucht ihr nochmal? Nitrozellulose. Ja, komm, reicht aus. So, was wollt ihr hier, Olli ist jetzt bewaffnet. Und wir haben ein Jetpack, so dann kommen wir doch jetzt mal zur abandoned mine, würde ich mal vorschlagen. Und jetzt haben wir ein Jetpack, jetzt können wir uns die abandoned mine angehen, wenn wir die durch haben, dann fangen wir uns an ein kleines Bäschen zu bauen. Ja, da langt noch Eisen, hab ich gesehen. Das ist nicht so schlimm, weil wir haben hier nämlich Promerzium, Promerzium, ein Kupferlager, vielleicht finden wir auch gleich irgendwo nachher noch ein... Na? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Sag mal nicht, das ist ein Stein. Das ist ein sehr großer Stein. Gut, holen wir uns den noch vorher. Also ich habe jetzt ziemlich lange dann rumgewurschtelt, das dauert mir jetzt eindeutig zu lange. Okay, dann... Werden wir jetzt das Ding hier vernichten? Na, lauf doch nicht weg, mein kleiner Freund. Lauf doch nicht weg! Lauf doch nicht weg! Hallo! Alter Schwede, wie viel Muni braucht man denn hier für den? Ich höre doch da noch einen von euch. Wo ist dein Kumpel, hä? Wo ist dein Kumpel, hä? Wo ist dein Kumpel, hä? So, erst mal gleich looten? Oh! Wo ist dein Kumpel, hä? So, erst mal gleich looten. Oh! Shotgun Muni! Oh! Was ist denn das für ein hässlicher Glubbel hier? Oh! Oh, bist du! Was ist das denn? Arsch. Ich hör doch da noch einen. Zwei. Wenn er kommt, laufe ich. Eieieieieie. Du scheiß Mistvieh. Ja, ist ja gut. Komm jetzt hier, komm jetzt hier, komm jetzt hier. Und warum sind die... Ja, natürlich, da unten sind noch die Scheißviecher. Scheißvieh. Wo kam der denn auf einmal so schnell her? So, was haben wir jetzt hier unten? Ich glaube, ich muss mir hier doch so eine Ding einpfeifen. Antibiotika-Pellen. Wo ist das hier? So ein Dexto-Kit. Okay. Ah ja, ist ja gut. Okay, okay, okay. So, hier geht's nach oben. Oh, das ist ja noch eins. Ja, da habt ihr euch, das habt ihr euch gedacht, ne? Olli hier verarschen. Aber hier nix da. Er könnte euch jetzt so schön hier und drum rum laufen. Was ist nur los hier? Noch eins irgendwo oder was? So, ich hab hier Rat. Was ist das hier oben oder was? Hey, 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 hey. So, wo seid ihr jetzt hier, ihr Mistviecher? Na, komm her, ja. Komm her, ja. Zwei. No, ha, 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 ha. Alter, wie viel Muni braucht man denn, um... Um einen so ein Vieh zu erledigen. Also wenn du davon gleich zwei oder drei hast, hast du überhaupt null Chance. Freue ich mich, wenn's die epischen Waffen bald gibt. Ich hör da noch eins. Das gibt's doch nicht. Was ist nur? Hunger! Warum hast du denn Hunger jetzt? Hab ich irgendwas auf der Tasche? Nee, natürlich nicht. So. P. Hauptbereich. Halt, Geräte, Kühlschrank. So, komm, pfeift dir mal noch eins ein hier. Und noch eins. Was wollt ihr von mir? Ja, na klar. Na, ja, zähl ich mal noch nicht, oder? Ja, 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 ja. So, und du noch. Ja, drei ging eins, ist ja auch fies. Also das hier mit dem rausspringen, das haben sie immer noch nicht hingekriegt. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir die ja hier auch fast erledigt hier, Bandit Miles. Und die Frage, wie kommt man da nach ganz oben hin? Wir werden auch gleich mal von der Seite gucken. Aber vorher packen wir... Ne? Unsere... Äh, ja. Boah, diese Steuerung manchmal ist doch echt... Ja. Komm, dann eben so. So, vorher Kühlschrank, Zugriff und das Fleisch wieder rein. Allianzahn brauchen wir erstmal nicht. Okay, dann... In den mobilen Konstruktor. Die Dinger, die Dinger. Energiepillen. Ausdauerschub während. Das ist doch immer nett. Alienanteile als Zwischenprodukt. Sauerstoff. Infected Wound. Okay. Raketenbooster brauchen wir auch erstmal nicht. Gut. Und dann nur noch in unsere Kiste. In unsere Frachtbox. Das Ding, das Ding, das Ding. Alles was wir jetzt nicht brauchen, hier mal zwei Booster. So, die brauchen wir auch gerade nicht. Das brauchen wir... Oh, naja. Das können wir drin lassen. So. Okay. Okay. ich glaube da kommen wir nicht von der seite nicht ran wird sich so ich mir das erhofft habe so ist denn der kollege bitteschön nachher gekommen muss doch irgendwo noch ein spawner sein ich von dahinten kommt er hier eigentlich hoch könnte passieren ja weil hier haben wir eigentlich schon alles alles abgesucht und platt gemacht den haben wir auch schon ja und hier wollen wir auch schon gut da ist ja auch mal gestorben ich bin da um war das mist wie gewesen ja gut ich würde sagen das ist das ende dieser folge ja wir sehen uns beim nächsten mal ist denn und ciao und